Haben Sie sich noch nie selbst gefragt, warum die Dinge so sind, wie sie sind? Ja, hallo? Also wenn Sie jetzt nichts sagen, liege ich auf. Hä? Ruf mich einfach nicht mehr an. Gut. Merkwürdig. Sie sind heutzutage so viele Menschen verwellen. Vielleicht hat er sich gar nicht vermeldet. Vielleicht sitzt da irgendwo ein Angestellter in einer Mobilfunkfirma und verteilt die Nummer doppelt. Das ist seine Gepart. Funktioniert einmal frei. Aber diese Nummer muss auch jemand anderen... Das ist Ihre. Stell dir mal vor, was das werden kann. Ein Roman ohne Haupfikum. Schieb dir deinen Stilbruch in den Arsch. Sie wissen meinen Namen. Glückwunsch. Ich würde gern mit dir spielen. Das ist der Preis des Ruhms. Du hast auch gar keine Ahnung von der Welt da draußen. Warum sind die alle so blöd? Ein Applaus. Bist du zu Hause? Natürlich. Warum schreibt er so ein Bullshit? Blöde Kuh. Ich kann den Luft. Nein. Ja. Ich kann den Luft. Nein. Nein. Ein Ei. Nein. Vielen Dank.